bist du traurig? ja jetzt schon. Döner, Nathalie. Hast du Dönerbein? Wie mache ich das jetzt? Ey, ist einfach ein Fahrrad, du Dulli. Jeder guckt dich an, du Vogel. Warum blinken alle? Musst du es jetzt auch? Ah ja. Oh, es ist aber hart zwischen dem Bein. Sieht meine Kamera okay aus, von der Höhe? Sehe ich okay aus, von der Höhe? Ja, passt. Schmeckt. Mach deine Hand runter, bitte. Hallo und herzlich willkommen zur Knattercrew. Hey, warte mal, wir müssen noch mal, ich habe schon ein Stück Pute im Mund noch. Mein Spiegel, ich sehe einfach gar nichts, das ist lebensgefährlich. Das ist lebensgefährlich also. Ist jetzt wieder gut? Ich würde sagen, bevor wir die begrüßen machen, machen wir kurz so eine Anrede wegen Saisonbeginn und so. Ja, fahrt vorsichtig. Wie eiskalt du bist ja. Ups. Hast du abgesoffen? Ja, ich war abgelenkt, wegen dir. Wegen Guti. Wegen, ey. Was geht? Herzlich willkommen bei der Knattercrew. Wir sind wieder vereint. Wetter passt einigermaßen. Naja. Man kann wieder fahren, es regnet nicht, ich habe wieder gute Laune und tschüss. Hey Nathalie, ich wollte mal was an die ganzen Leute sagen, die jetzt alle zu Saisonbeginn Motorrad fahren. Ich weiß, wir sind nicht die größten Vorbilder, was Schutzkleidung angeht, aber versucht möglichst vorsichtig zu fahren. Ja, gerade wenn man frisch mit dem Führerschnitt angefangen hat, Vollkombi. Eigentlich immer, wie gesagt, wir sind, was das angeht, überhaupt kein Vorbild. Außerhalb der Stadt fahren wir auch mit Vollkombi, aber bei dem Wetter möchten wir gar nicht draußen fahren. Oder? Also fahrt vorsichtig, genau so sieht es aus, fahrt vorsichtig. Ja. Mehr will ich das erst mal nicht sagen, oder? Nein. Mein Visier beschlägt, ja. Tschüss. Was machst du? Ich dachte, es ist grün. So, was machen wir denn heute so Schönes? Wir? Äh. Ich bin ehrlich. Alter, was war das? Was denn? Sag mir nicht, er hat sich umgedehnt, extra für dich. Nein. Kannst du mir sagen, was er gemacht hat? Er hat ein ganz komisches Kunststück gerade gemacht, das sah ein bisschen, zeige ich dir nachher auf der Kamera. Ah, das ist bei dir auf der Kamera, nach einem Glück hast du rausgeguckt, ich habe es nämlich nicht gesehen. Ja. Deswegen konnte ich nicht mitlachen. So, ach so, ah, was mir einfällt gerade. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Was mir gerade einfällt. Was denn, ja? Es nervt mich langsam, dass immer so viele Leute wegen Moji fragen und so. Also folgendes, im Sommer fahren wir mit Moji zusammen und mit Tayo im Sommer irgendwann, wir fahren irgendwann nach München runter, wir wissen nur noch nicht wann. So, mit Kulewo machen wir auch ein Video. Irgendwann jetzt, vielleicht mit Carvacue, keine Ahnung. Zu viert. Äh, ich kenne Kulewo auch persönlich. Wir sind davor zusammengefahren, weil das auch immer manche Leute fragen. Kennt ihr Kulewo? Si. Si, si, Senor. Ey, das ist frostig, ja. Es ist so windig gerade. Dann lass einfach, dann lass doch abbrechen und was essen fahren oder essen gehen. Ey, bist du Spenster? Ja, ich hab, boah, ey, ich fliege gleich weg. Schon wieder Ostseewind. Aber siehst du, warte mal, siehst du, die Stadt ist ziemlich leer für den Sonntag. Ja, deswegen Corona. Es ist safe wegen Corona, ich sag's dir. Ach, Quatsch. Natürlich, hier ist Corona, sein Vater. Laut Gerüchten ist wegen Berlinale, hier jeder hat Corona. Ey, hör auf, mein Schäffer da. Und sag's danach mit mir im Auto. Der muss weg, aus meinen Augen. Ich will den nicht mehr sehen. Also, wir werden jetzt auf jeden Fall wieder mehr Videos bringen. Jetzt haben wir wieder gute Laune, meine privaten Sachen sind geklärt. Ich würde den Mund nicht so voll nehmen mit mehr Videos. Naja, aber wieder wöchentlich wenigstens. Das ist ja schon ein Mau gewesen, die letzte Zeit. Jetzt hoffe ich, ich vergesse, was ich sagen wollte, weil du mich schon wieder so nervst. Egal, das, was du sagst, ist eh immer unwichtig. Ne, das war schon wichtig. Ich glaube, du brauchst einfach was zu futtern, damit du das ein bisschen mehr beruhigen kannst. Na, ich hab ja noch Pute im Mund, okay, zwischen den Zähnen. Also, so geil ist es jetzt auch nicht. So, eigentlich wollten wir unser 100K-Special machen. Und zwar Eierstöcke. Werden wir jetzt auch demnächst dann machen, einen sehr... Nein, bleib hier. Ein sehr verspätetes 100K-Special. Alter, du nervst. Deine Augen sehen süß aus. Komm. Komm, erzähl, Ölauge. Bist du traurig? Ja, jetzt schon. Was wollte ich sagen? Wir stemmen Pute zwischen den Zähnen. Und wir machen bald das Eier- und Eierstöcke-Video. Das 100K-Special. Wo Orgi ein bisschen Hops genommen wird von mir. Ich? Ja, ich hab ja schon was im Plan. Das machen wir dann nächste Woche so. Oh, ich hab Fernlicht an, hä? Egal, dann siehst du besser. Ah, ja. Oha, du bist fast reingefahren. Du bist wirklich fast reingefahren. Tja, ich seh doch, wo ich hinfahre. Ja, aber... Ich wollte dich ein bisschen schocken. So, komm mal hinter dem Limo, ja? Lass mal ein bisschen Action machen. Ha, was? Komm mal hinter dem Limo. Ja, ist doch ein Limo, ja? Die Limo, hinter die Limo. Ja, ich meinte Limonade und nicht die Limo. Ja, ist trotzdem die. Egal. Nur wer Deutsch spricht, der startet auch erfolgreich ins Leben. Ich würde sagen, lass zum Alex fahren. Ja, wo treffen wir uns denn? Können wir hier? Achso. Und dann ruf mal kurz die Jungs mal an. Okay. Döner, Natalie. Hast du Döner bei? Nein. Hast du? Hast du? Nein. Warum sollte ich einen Döner für dich dabei haben? Ey, sag mal, spinnst du oder was? Ja, ich weiß auch nicht. Du kannst mir mal einen Döner ausgeben, ne? Mach ich doch. Ey, ganz ehrlich, Leute, es wird immer so dargestellt, als wenn. Nur Oggi was ausgibt, aber das stimmt gar nicht. Eigentlich bin ich der Geier, oder? Sei ehrlich. Naja, ich gebe schon öfter was aus. Aber ist ja egal, weil ich hab dich lieb. Du verdienst mehr, ich hab kein Geld. Oh, ne Tüte, ne Tüte, ne Tüte, hier rauf. Neh mich mit. Ich dachte, wir fahren erstmal nach rechts. Achso, ja, okay, dann fahr ich da auch lang. Also, das hab ich, um ehrlich zu sagen, gesagt. Jetzt sag nicht, dass ich's nicht gesagt hab. Dann fahr hier auf dem Gehweg. Guck mal, willst du mal meine Fingernägel sehen? Die sehen voll schön aus. Guck mal, die sind matt. Schön, oder? Ja, Triggerfinger. Ey, mies, Mann. Hi. Hey. Hey, it's Corona time right now. Hi. Hey, hast du grad so geschrien? Ja. Was ist los mit dir? Darf ich mal fahren? Ja, ne. Was, wenn sie jetzt hinfliegt? Ich bin selber grad dahin gegen Feuerwehr gefahren. Wie mach ich das jetzt? Ey, ist einfach ein Fahrrad, du Dulli. Kannst du, frag ich mal, ob man damit Dings kann. Wheelies. Sie fragt, ob du damit Wheelies kannst. Alter, sieht mich eigentlich gescheuert aus. Komm mal her jetzt, du Affe. Alter, hast du gesehen? Aber Feder sucht diese. Alter. Ja, geil. Danke. Ich ruf jetzt Dings erstmal an, Tenny. Ja, aber dann brauchen wir keine Ahnung. Dann stelle ich mal nicht weiter. Ach, alles gut, Digger. Ciao. Danke, Vito. Hallo? Moin, wo seid ihr? Wir sind gerade Spinner, Volker. Sonst, ich muss erst mal kurz mein Leben, dann sonst hier. Hä? Hast du gesoffen? Ich melde mich gleich nochmal, wenn ich geparkt habe. Okay, mach das. Bis gleich. Ciao. Ich will nicht zur Spinnerbrücke. Was soll ich an der Spinnerbrücke? Darum sitzt und Kaffee trinken? Nee, nee, nee. Spinnerbrücke ist nicht so meins. Ich mach ein Boomerang. Guck mal, mein Bein stuppt, glaub ich, ab. Mach mal Boomerang. Was mach ich denn? Ich mach Boomerang. Aua. Das ist ja lustig. So, wir sind heute mal ein bisschen unterwegs. Hoi. Natalie, was machst du da schon wieder? Nee, komm jetzt, komm wieder. Oh, präsentierst du deinen Arsch. Natürlich präsentierst du deinen Arsch. Hä? Ich hab jetzt mein Handy weggepackt wegen dir. Ist mir egal, ich will so ein Foto haben. Warte. Warte, komm jetzt. Das ist peinlich, weil jeder guckt dich an, du Vogel. Komm mal hoch, ey. Komm hoch. Wir sehen uns. Essen wir was? Oh, es ist kalt. Wir sehen uns gleich. Ja, okay. Ist die an? So, wir sind jetzt noch. Wir sind also sehr unterwegs, ob wir immer schon wieder. Also, Knatterli war jetzt fett essen. Und wie fahren wir jetzt noch mit den Jungs und mit den Mädels ein bisschen? Ah ja. Ah ja. Wir bleiben einfach hinten, damit wir auch mal ein paar Ess hier drauf haben. Hallo, Test, Test, hallo. Test, 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 Test. Ah, Arsch, Test. Ja, wir hatten leider Pech gehabt und es hat ein bisschen geschüttet. Ein bisschen auch einfach, ey. Wir fahren jetzt noch mal mit den Jungs ein bisschen, äh, ein paar Fotos machen. Für Instagram ist das Alanas. Ach so? Oh, wie kalt, ey. Mir auch. Hä? Hä, warum blinken alle? Warum blinken alle? Muss das jetzt auch? Ah ja. Äh, Nathalinchen, wollen wir uns an der Stelle verabschieden? Ja. Wir machen jetzt noch ein paar Fotos, paar schicke, schicke, schicke Fotos. Chicke, 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 chicke. Auf jeden Fall, ähm. Das war eigentlich nur ein kleines, kleines Infovideo. So, also viel ist jetzt ja auch nicht. Oder? Wo sind die Fußrasten? Oh, da werden böse Erinnerungen wach. Fahr mal kurz. Okay, nein, 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 nein. Ja, Nathalie hatte schon mal einen Unfall, deswegen hat sie jetzt gerade Panik bekommen. Wie findet die die Maschine? Ich will mich raussetzen. Darf ich die auch mal fahren? Aber nur, wenn's trocken ist. Oh, es ist aber hart zwischen den Beinen. Du bist gerade drauf. Wenn ihm jemand folgen will, hier.